Ja, ähm, bringen Sie mir mal die Vorspeisenofen, Fuh-Pudel. Extra-Saf, Mittel-Saf und Normal-Saf. Extra-Saf, Mittel-Saf und Normal-Saf. Ja, extra-Saf. Ich habe eine Brötchen. Ich würde gerne Haifischflossen, so wie man sie aus Borneo sieht. Extra-Saf, Mittel-Saf und Normal-Saf. Was haben Sie gesagt? Die Brötchen. Extra-Saf, Mittel-Saf oder Normal-Saf? Na komm, Normal. Du wolltest doch ausländisch essen gehen. Na, was ist jetzt? Ist die Brötchen entweder Extra-Saf, Mittel-Saf oder Normal-Saf? Ja. Sie verstehen die Sprache nicht. Normal-Saf. Und zum Ding? Äh, ja, bringen Sie mal zur Feier des Tages eine Flasche Sekt. Oh, sechs Kaffee. Na, verdient hast du's nicht. Und welche ist mein Hilfen? Sie und Sie? Ja, das entscheiden wir dann nach der Vorspreise. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Sie haben gesagt, die Küche, die soll ja sehr sehr scharf sein, Karl Wein. Soll. Du sagst es jetzt. Nicht? Es wird viel erzählt. Nicht? Der Deutsche ist ja auch extrem scharf. Ich hab mal in jungen Jahren einen gehäupften Röffel Löwenzett eingenommen. Extra scharf. Ohne nachzudrinken. Andere werden daran erstickt, aber ich hab dich sogar geheiratet. Lachen. Lachen. Äh. Lachen. Darf ich dir mal was fragen? Kennen Sie Löwenzett? Löwenzett? Lachen. Lachen. Na, hab ich's dir nicht gesagt. Löwenzett kennst du nicht. aber uns was erzählen von Extrasat. Ich kann ja mal morgen, nee, morgen nicht, aber nächste Woche bei Ihnen mal vorbeikommen und bringt Ihnen ein ganzes Glas Löwenzett. Extrasat. Extrasat. Ja, ja, sowas haben wir auch in Deutschland. Sie versteht genau, was du sagst, Karin. Na ja, man muss halt nur ein bisschen auf die Leute reingehen. Ja. Sieht ihr gut aus? Äh, ja. Sieht wirklich nett aus. Nein, aber treibend mal nicht so, ja. Ist es nicht so, ja. Was? Hm. Hörtsüppig. Schaf. Läscherisch. Mit Löwenzellstern kann ich zu vergleichen. Hau, 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 Hau! Hau, 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 Hau! Hau, 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 Hau! Trude! Ich seh nichts mehr! Du sollest stehen! Karl, dein Glück, dein Glück ist in meiner Sonne. Ich habe vielleicht ganz andere Probleme. Karl, du bist ein Reifisch-Such, Karl. So, hol sie doch uns. Oder hast du was vor dem Reifisch? Oh, ich möchte es Ihnen oder jetzt noch sagen. Karl, ich habe nichts zum Zarten. Wo wären Sie unsere Soße? So ein Zart und wird viel gegessen. Ja. Sag doch der Kellnerin, wenn es dir zu starb ist, dass ich dir zu starb ist. Dann will ich sie gestern. Den doch mal anständig mit mir. Zu starb, zu starb. Probieren Sie. Ja, ja. Ich bin hoffen. Ja. 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 Vielen Dank. Alles? Alles! Bitte verleid! Ich bin doch verleid! Ich habe nur ein bisschen abgelenkt. Ich habe nur ein bisschen abgelenkt. Also, ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr ihr Kann mich jemand mit dem Paar aufschlagen? Schau. Let's do it. Let's do it. Let's do it.